hallo und herzlich willkommen zur dritten folge main city mit dem malo nation lp hallo hallo so wir machen heute die bambus farm soweit fertig dass wir hier den ofen der neben mir steht automatisch befüllen mit bambus und unser kelp unser kelp sozusagen automatisch gebrannt werden kann das ist der plan der bambus wird der seetank wird automatisch abgefahren das funktioniert alles mit dieser schaltung die ich hier gebaut habe mit dem observer und dem bambus und dem piston so gut ich habe hier schon was vorbereitet und zwar ein tiefes loch mit pistons die hoffentlich alle noch geschalten werden theoretisch mal warten bis der observer wird auslöst dann könnte man das einfach angucken was machst du denn gerade wir brauchen schienen hast recht irgendjemand hat mein ganzes eisen gemobst ich weiß ja nicht wer keine ahnung wer das war ja auch keine ahnung ich mach hier gerade mal noch den layer weg denn der ist unnötig so mit dem bambus hier fangen wir aber eigentlich nichts an jetzt bin ich gerade mal am überlegen kann ich das nicht ein wenn ich hier zu mach dann hier wasser blaze 1 2 3 4 5 6 7 8 heißt dass es da noch rumfährt das wäre doch optimal dann könnte man das nämlich auch noch nutzen was er wasser hin und dann was das gold das gold gebrauchen gold für die schien ja 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 was fehlt denn noch ja ach redstone ja redstone habe ich habe ich jetzt auch ich müsste das eigentlich alles noch mal schön bauen so bin hier jetzt nämlich der kann ich das so machen ich hoffe mal weil wenn der bambus hier dann runter fällt dann wird er hier rausgespült fällt dann direkt runter zur bambusfarm dann kann ich den nämlich auch noch verwerten höh 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 ups so hä hä wie werden denn die wie werden die anderen schienen gemacht welche die normalen schienen äh ein stick und 6 eisen wahrscheinlich hast du kein eisen ne doch ich mach nicht oder hast du schon ich hab ach ich hab aber hier waren auch noch schienen hast du die schon mit ja die habe ich die habe ich schon im inventar ok eine lore hast du auch das sind auch noch hopper ja ja wir machen mal kurz noch was anderes ich nehme den mal grad mit ich nehme den mal grad mit den schmelzofen weil eigentlich möchte ich den auch automatisch betreiben das heißt ähm mach doch anstatt den ähm ach ne ach das geht ja gar nicht mal ne frage kann man den ofen von hinten mit kopf mit dem zeug befüllen ja gell ja da fehlt mir was ein ähm 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 ok warte ich mach das mal da rein dann nehmen wir hier jetzt drei kälbblöcke raus machen die da rein und dann ist das schon mal versorgt die zwei kälbblöcke machen wir da noch rein dann kriegen wir noch mehr ok dann habe ich nämlich die idee dass wir vielleicht die einfach von hinten befüllen lassen ok da wollte ich doch gar nicht hin so dann lassen wir die lore äh die ja die lore nämlich oben drüber fahren und fertig und wenn der kälbofen voll ist dann wird er uns den anderen ofen befüllen den Schmelzofen beziehungsweise oh ja oh oh ich hab gerade was entdeckt was hast du denn entdeckt ja ich hab um zu bepowern halt was falsch gemacht wir könnten das eigentlich über eine Bahnschiene lösen oder ne das geht leider nicht zumindest auf dem hin und rückweg ja das kann man so machen achso ja so meinst du das ja klar ist nur die frage also hier kommt ja ein hopper hin das heißt da sind sie eigentlich da müssen wir hochgehen da ist oben da ist oben auch schon wieder runter gefällt wir müssen uns ein bisschen spugen wir sind gerade noch nicht so produktiv ich schon dann fahren wir hier zurück eins so die Hauptschiene die kommt nämlich von hier von wo wenn ich das dann so mach äh das war doof von welcher seite bist du kommst du dann äh von der hinteren na toll genau falsch rum gemacht hey warum will denn der das jetzt nicht so wie ich das will hä der will nicht um die ecke gehen warum geht der nicht um die ecke der kann nicht um die ecke gehen das geht doch normal oder geht es nicht mehr ja was wie her was die schiene geht nicht mehr um die ecke okay dann machen wir eben doch zweigleisig oh zack mal zack mal zack mal was versuchst du da du musst erstmal das da unten weg machen ja kümmert sich um das andere zack zack dann würde der das da rein liefern dann müssen wir mal dahinter ja ich muss gucken wo wir haben wo kommen wir denn hoch du hast dir schon gemacht ist ja aua ja kleiner lecker aber wir können das auf eine schiene belaufen ja wenn du das hinkriegst bei mir ging es gerade nicht bei mir hat er sich irgendwie nie verbunden ne verbunden geht ja auch nicht auf drei gleise auf zwei gleise das ist nur ein kleinerer ups da hab ich doch ein redstone signal kaputt gemacht ähm du hast gesagt das geht auf zwei gleise dann mach ich hier mal kurz weiter auf ein gleise ja hast du denn schon ne lore ich hatte mal eine aber oben ist da eisen drin bei der schmelze ja ja hast du das nur ähm ne kein geschmolzenes doch im schmelzofen müsste eisen drin sein da hab ich doch den reingemacht achso da oben ich hatte sogar noch was dabei ähm dann buddel mal kurz den gang noch ein bisschen weiter dann kann ich mal kurz gucken ob ähm dann buddel mal ein bisschen weiter noch ich bin ja nicht grad schon am hochbau funktioniert das? ah ne achso achso ich weiß warum hab ich da oben licht auf welcher höhe bist du denn? auf der höhe 68 ok passt so die 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 weiche gemacht so die weiche funktioniert schon ahja gut ich hab hier schon den gang fertig barona? ja komm mal her sehr schön dann können wir hier nämlich weitestgehend zubauen was ist denn was ist denn wenn der server offline geht gehen würde kann dann passieren dass die lore stehen bleibt ich glaube ja das könnte passieren aber ich glaube dass man immer noch offen gib mir mal die lore kurz noch was machen komm gleich wieder ja ja normales schienen auf jeden fall habe ich noch das ist nur die frage kriegt man sich da hochgeboostert hier weil wir können ja wenn wir einen weg haben keine booster-checks machen natürlich es geht immer was zu essen mit der mine mit der mine ich hoffe mal das geht was ich vorhanden anna anna lore anna minus lore gg der racex da müsste man auf youtube auf twitter bei schauen da hat er einen schönen tod erlitten da stand er vor meinem fenster und ich habe ihn abgeballert und dadurch ach hier unten muss ich ja auch noch mit zwei gleisige dings machen eine weiche ja habe ich vergessen dass ich hier auch noch eine hinkommt ja ich mach mal hier schon wieder was dort wird wird ich habe nur ein du hast du vorhin hier das ganze die ganze erde abgebaut die sind alle oben diese intelligenz was machst du denn jetzt warum brauchst du hier mehr platz hab ich alles so schön gebaut und jetzt macht das wieder kaputt lass mich mal vorbei ja geh doch mal weg so jetzt ja das bringt mir auch nichts was ist das was ist damals die erde wollte ich haben ja super marona weiß schon wieder nicht was er machen wollte ja wenn du mir die erde klaust ich klau dir gar nichts ich hab dir noch nie was geklaut davon abgesehen ich würde sowas nie tun ich mach hier mal noch einen kleinen umleitungsgang sozusagen zum laufen mal richtig da stehen zu bleiben so wenn es funktioniert haben wir damit eine automatische bambusfarm die wie ich gerade merke eigentlich ein fail ist warum weißt du warum ja weil sie uns das bambus nicht mal speichern kann also sie kann nur die loren speichern was brauchst du nix ich hab nur geguckt ach weiter ja und schon nuckelt kriege ich die lore einmal um zu testen ja hast du die hanne lore die liegt hier die passt durch einen block nicht durch ups klapperst du durch wenn ich die rausschmeiß warum ist mein kopf so fett du bist eingesperrt ah ne du kommst noch hoch halt warte 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 da fehlt da muss man nochmal ein redstone signal setzen oder warte mal ich setz das mach das anders ich geh achso ne ne ich muss das von hier machen geht wenn ja dann schick nochmal los ich musste hier noch was ändern nicht dass das bei dem block hier hängen bleibt hallo my donation ja ich bin da jo attacke lass laufen es ist so liebe freunde ich musste die aufnahme kurz unterbrechen bin jetzt einmal wieder hier hier und wir werden jetzt folgendes machen wir werden jetzt da unten den bambus platzieren komm ich hier auch noch irgendwie rein ähm ich mach hier noch ein bisschen licht nicht dass da noch irgendwie hier wir besuch kriegen das hätte ich nämlich ungern so ich hoffe mal dass da nicht zu viel liegen bleibt malo nation lp hat ja eigentlich die farm soweit fertig gebaut es fehlt jetzt nur noch an dem bambus hier ja hier der ist falsch scheiße ey der hat es falsch gebaut das ist natürlich zu niedrig äh zu hoch das muss doch natürlich noch eins niedriger da auch mensch der ist jetzt ungeschickt da muss ich das nochmal richtig machen das ist jetzt halt wieder ein zeitfresser ich werde gucken dass ich die redstone torch ja die muss ich jetzt kurz niedrig ersetzen ich hatte alles richtig vorbereitet das soll gesagt sein es liegt diesmal nicht an mir so 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 dann booster tracks die tracks 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 das machen weil ich eben nicht check wie das hier jetzt funktionieren soll so vielleicht ja warum macht der das jetzt? ach mensch ich wollte euch heute heute das fertige Ding zeigen das ärgert mich jetzt ein bisschen ja klar macht doch alles falsch und ich habe gestern mal donation extra gesagt hey ich habe keine zeit wir müssen gas geben 15 minuten wollten wir aufnehmen ja hops gegangen vor allem fehlt jetzt warum fehlt jetzt eine schiene? achso da gehört ein boost warum funktioniert das mit der weiche jetzt nicht? ah ich habe es! nice so warte mal da oben habe ich jetzt aber gerade aus Versehen was weg gemacht und zwar einen von diesen so ok das passt es passt es passt es passt es passt es passt dann brauchen wir schnell mal eine Lore ich habe leider die Hannelore nicht mehr ah da kommt er ja zu spät mal donation zu spät ich werde jetzt nicht mehr auf dich eingehen weil ich habe keine Zeit so Lore ist da Lore sitzt und Lore kommt hoffentlich gleich wieder an jep ok ein Fail habe ich ich brauche natürlich eine ähm eine Dings da so ich brauche natürlich so ein eine Lore äh ich habe die weggehauen wo ist die denn jetzt hin? die da im ah ja ok so genau Trichter Lore und dann können wir die hier draufsetzen gut dann passt das ich werde ihn jetzt nicht beachten hat er Pech gehabt der Bambus ach ich habe den Bambus noch nicht platziert ich dachte warum wächst der Bambus nicht und ja das war natürlich wieder klasse hier äh kann ich das hier überhaupt oder bleibt die hängen muss man ausprobieren könnte sein dass die hängen bleibt bleibt nicht hängen bleibt nicht hängen bleibt nicht hängen ok dann passt's so schreibt er jetzt tatsächlich ob ich nicht aufnehmen wollte ok gerade noch gesaved ich nehme schon längst auf Malonation aber das wirst du erst heute Abend in der Version äh im Livestream dann sehen weil du warst eben zu langsam du konntest du warst nicht rechtzeitig da und ich habe keine Zeit das hatte ich dir gestern gesagt deshalb musste ich jetzt äh ohne dich aufnehmen zack so das passt zu dann gehen wir mal wieder hoch so gut der Bambus wird abgeerntet sobald der Observer hier ah das müsste sogar gleich passieren wir warten jetzt noch kurz ich habe nichts zu essen also sobald der Bambus hoch wächst müsste der Observer auch hier unten die Pistons ausfahren ich hoffe mal dass das gleich passiert die Pistons ausprobiert na wann blöste denn der Dinger hier aus Jetzt macht er wieder alles kaputt, ey Gibt's ja nicht Hier, wachs mal bitte, schneller Es sieht halt total hässlich aus hier unten, ne Hm Vielleicht hängt das gerade wieder ein bisschen Ich weiß nicht, ich weiß nicht Wachs mal bitte Bambus, hallo Der Bambus will nicht wachsen Warum wächst der Bambus nicht? Also was funktioniert ist die Lore Ich werde hier jetzt noch ein bisschen zu machen Ich werde, ich muss das irgendwann noch schöner bauen Ah, jetzt Zack Es hat funktioniert Hier unten Werden jetzt gerade die Items aufgesammelt Von der Lore Jetzt gucken wir gleich das Ergebnis an Weil die müssten jetzt Hier hinten im Ofen sein Und es ist zu wenig Wir haben das gleiche Problem wie schon mal Die Lore haut zu wenig Zeug raus Warum haut die Lore zu wenig Zeug raus? Das werden wir in der nächsten Folge klären Das System funktioniert erstmal Und Ja Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da Und schaut auch Morgen wieder rein Bis dahin Macht's gut Tschüss 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 Tschüss